nach unten zur weiteren erforschung guten morgen, willkommen zu einem neuen video von bioscape das ist minotaurus wieso bin ich im kampf kann ich das hier angreifen oder bin ich jetzt im rundenmodus da habe ich ja schon verkackt ein landhai, ok, das ist interessant kann ich den machen? ja mann dann bleiben wir stehen bonusaktion warte, was haben wir? ach so, das sind von den Schuhen warum kann ich ihn nicht auf den felsen brauchen? wir gehen hier hin oder hier ist es dunkel so, zu Ben wieder selbst ran mach ihn fertig 15 18 leben bonusaktion schatten jetzt kommt man hier hin wir nehmen heilige flamme wir nehmen heilige flamme hat er geschafft bonusaktion, was haben wir? nix gutes na, nix gutes tatsächlich dann schließen wir es oh meine fresse wir gehen hier hin wie viele zockpunkte habe ich noch? ich hab mal 3 1 hände ich hab auch keinen richtig krassen starken zauber so ne wechseln fallen 1 bis 12 moin Mirko ah die lampe läuft schon hier nicht ja warte Mirko das klären wir sofort nix Dashboard nein danke Hörbindungen Lichter so, aktualisieren und an so jetzt muss das Licht an sein an das sind also das ist das ist das ist ein das ist warte das ist das ist das ist ein das ist So, Myko, bist du noch da? Ach gut, 10? Hast du 12? Ja, keine Ahnung. Vielleicht mal was mehr kommt. Oder, ganz wichtig, kommen wir ins Discord. So, dann nehmen wir mal ein magisches Geschoss, dass es irgendwie... Boah, 12 Schaden vielleicht. Warum ist der nicht eigentlich dauerhaft aktiv? Warte, jetzt ist er an. So, Zaubereipunkt erzeugen. Ah, koste aber einer. Zauber, koste auch Verstumpfzauber? Nein. Bahntanz, schlachten von 1. Ich kann Musik spielen, geil, machen wir. Habe ich das jetzt gespielt? Wo ist das da? Schlechtes Auftreten. Da muss ich das direkt neben meinen Leuten machen. Ah, du bist nicht zuhause. Wo bist du denn morgen zum 8? Ah, ich bin nicht im Vorteil. So, wenn man mal da fernkampft. So, rechtlich. 14, ist gut. Bei den Kids 14. Du bist 2 Wochen weg? So, verstecken. Ah, Lazell braucht Leben. Schattenherz auch. Wo ist Schattenherz? So. Wohnsaktion. Geht mir Leben. Ach, ist morgen. Schattenherz. Die Mütze, glaube ich, kriege ich dann doch. Der andere. So, das geht nicht, das geht nicht. Achso, alle 14 Tage. Also, du bist jetzt wieder oben da. Beim Wasser. Nix. Ah, doch. Drei Leben. Aber, jetzt machen wir erstmal Heilung. Da kann ich abhauen. Ja. Wie viele Teammates hast du? Ich hab 5. Also, einer ist halt immer im Lager. So, guck. Jetzt, wo er versteckt ist. Ich bin doch unsichtbar. Oh, du bist so. Warte mal. Perkast einfach von dazu. Tod. 150. Duftig. Krass, das gab 150 Erfahrungspunkte. Und ne fette Rüstung. Blutlutscherkleidung. Ich müsste Astarion die anziehen. Warte, 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 warte. Brutale Rönegeant und Träger Schatz. So viel erhält der Träger einen Einzug lang Zorps. Oh, ho, 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 ho. Es ist aber nur Kleidung, ne? Boah. Geil. Mitnehmen. Wir ernten noch alle 4 Wochen. Das heißt, du musst immer noch alle 4 Wochen rumfahren, oder muss dann immer noch alle 2 Wochen rumfahren? Ich habe LaZell, Astarion, Schattenherz und Gale, und Gale habe ich auch noch. Bewusst die Kackgröße nicht bekommen habe. Richter Zorn, was macht denn Zorn? Da gibt es nichts, ne? Ich kann nicht sehen was Zorn macht, aber das wäre glaube ich dann tatsächlich besser für LaZell, weil der ist ja ein Dachkampf. Ja, würde ich schon sagen. Bewusst, da ist das Ding. Ach so. Okay, sie kann das dann doch nicht anziehen. Weil das wechselt direkt zu ihrer Rüstung und das kann man nicht machen. Dann kann das eh nur ich anziehen. Aber er hat auch eine richtige Rüstung an von 14. Ja, von 12. Und sie hat eine mittlere Rüstung an von 14. Wo ist die Rüstung da? Ja. Ja, 13. Man, das ist echt nur ich anziehen. Aber sieht schon cool aus. Ja, dann bleiben wir so. So, Spiel speichern, ganz wichtig. Da ist doch was. Malachie, auf Automatik. Hier ist ein Grab. Ja. Ich glaube, ausheben. Boah, soll ich jetzt ein Grabweiter werden? Ja. Können Sie äh? Das ist Hallo. Es ist ein Abranzung. Das ist ein Abranzung. Ja, doch, da liegt es doch Ich bin jetzt Grabräuber Wir brauchen ein bisschen Heilung Aber nicht alle, nur zwei So, wo habe ich denn einen Trank? Warte mal hier, kannst du das leben Achso, nein, will ich nicht Nebelschnitt, Federfall, hier ist Heilung Achso, das tun jetzt alle Superforsches Leben Ja, trotzdem Was hast du jetzt gerade gesagt? Wir brauchen keine Alteike Ne, wir müssen das machen Hier haben wir das Grab gefunden und hier ist auch dann Endstation Ich glaube, hier gibt es nichts mehr Das Grabstein, da waren wir schon Da unten waren wir ja auch schon, da haben wir alles durch Achso Ich spiele ja meinen Ne, hier haben wir alles Hier geht es zurück Da waren Da oben befügt der ist tot Und dann kann ich nichts machen Ich werde es euch für immer Nicht erfügt bleiben Das ist ja Achso, der ist schon Ja So, wo ist das jetzt? Das ist doch Unterweich Rumpfschmiede, er fache so nach ich meine drei stunden jetzt haben wir nachher der bombe buch haben aber jetzt eine wo ist denn ja Ah Das haben wir endlich gefunden uns 1 ist noch zu fließen so und wir fehlen aber wie ist das denn gekommen nachborschen ja ist klar 9 Würfel jetzt aber richtig du musst ja voll aber das sollte das funktioniert das ist pixi dust jetzt keine hammer in der das kopf haben wir auch jetzt ich muss einfach nur den effekt reportieren ich sehe keine Würstwolke hier schlosskarten schlosskarten die 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 Schattenherz. Du kannst. Wer ist das vergiftet? Keiner mehr? Du willst reden Schattenherz, meine Teure. Könnt ihr es mir erläutern? Okay. Interessant. So lange als ich für Lady Shah praye, ich wünsche sie als eine dunkle Justizier. Es ist kaum ein größer Weg, um sich zu Lady Shah zu vollständigen. Es ist sicher, wenn du die Herrin der Kirche bist. Du bist eine Säure und Kugel. Oh cool Oh wir machen das lieber so was? wir kommen hier nicht mehr weiter? was ist das denn hier? ja hier ist tatsächlich feierabend aber warte mal bevor wir nicht gut gekriegt macht einfach nach neustau und lass es dann dabei wir haben eigentlich nen Dolch wir haben uns natürlich direkt zu Astario kurz mal hier noch Ring muss los, dass es ausgerüstet kaputte Mondlaterne Malerie Schwerter Schreie ein Rap hier 3 bis 13 Schaden immer einen psychischen Schaden dann will ich holen ich weiß aber nicht, wenn ich das geben könnte ich weiß aber nicht, wenn ich das geben könnte Alla Mirko kommt bitte Schuhe an nie wieder einspinnen sehr selten Geil Geh ich an Schuhe Silberkette Trankerzeichen Wunderschuhe wie gebe ich dann ein Herz so haben wir hier den Korb Unterhalsband mal verticken so 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 das hat man schon geht dann auch über ein das hat man schon Ähm, ja, wenn kann man in die Hatschuh gehen? Jetzt, da ich vielleicht auch noch singen kann. Ich muss natürlich das Sing ausnutzen. Oh, Schattenherz. Was hast du denn eigentlich für Schuhe an? Wenn der Träger ein Ziel hält, ält es nein. Nein, die Schuhe müssen anbleiben. Gut, dann... ...volg zur Buse mit den Schuhen. Was für Handschuhe hast du an? Dann kriegst du Halt, ist sie nicht mehr vergiftet. Ja, gut, das ist natürlich... Was hast du für Schuhe an? Gar keinen. Aber du hast auch keinen Feuerangriff. Ach, wir belassen uns erstmal dabei. Ja. No time to rest. Hä? Warum bleiben wir stehen? Ja, ich bin. Warte. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Was machen die denn dahin? Ach so, er wollte nicht durchlaufen. Muss ich jetzt echt mit jedem einzelnen durchlaufen? Aber jetzt kommt er? Ja, jetzt kommen sie. Gut, woher will sie? Den Pilzammlern. Muss ja irgendwie noch hier hin kommen. Aber ich glaube jetzt hier hin. Ja geil, geht mir doch noch kleiner. Nochmal. Besitzerkunde. Jetzt ist eh keiner mehr, der mich aufhalten kann. Also alles klauen. Schaufeln. Warte mal, da macht er was. Klavenliste? Dann nehmen wir mal mit, ne? Aber jetzt nehmen wir für die Gute später. So, das machen wir mal zurückgehen. Aber die toten Justizare sind. So, das machen wir mal zurück. So, das machen wir mal zurück. Sprengt, dann ist alles weg. Meinst du hier oder hier oben? Ich hoffe, wir müssen da nach oben. Ich meine, dass da die Justizare lagen. Doch, hier war ich schon. Ja, das ist... Ja, hier war ich schon. Langsam Truhe. Das nehme ich immer mit. Kommen wir denn hier runter? Alle Sachen, wo ich schon war, das ist wieder hoch. Alle Sachen, wo ich schon war. Ich muss ja hier links und nach oben. Zum Norden. Ah, hier. Das ist mal hier runter. Überall dahin, wo es verschüttet war. Das könnte nicht jetzt alles frei sein. Hier ist kein Bild. Schade. Aber vielleicht ganz gut so. Jetzt hier liegen es jetzt aber. Das Skelett. Ja. Oder doch. Hat sie das hier gemeint? Wir kommen... nach hier hin. Oder unten. Von hier meint sie nichts. Ne, hier ist nichts. Außer einen Stein. Und wieder hoch. Ja. Ja, mein Poil ist durch. Unfassbar. Nach Pausen müssen wir zügen. Ah, warte mal. Ah, warte mal. So. So. Nochmal kann ich das nicht machen, ne? Ach so. Kurz zur Rast. Oh. So. 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 geben die anderen sachen Der Film, das schwert nicht geben. Er will auch nur das haben, was sie angezogen haben. So gemein. Gnade. 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 Ich trache meine Steps zu einer Glade of Calm and Think. Danke für die Artifakt. Ein großes Problem war es auch. Da steht drauf, überall Gel kann es nicht benutzen. Doch hier. Ja, aber warum hat er mir denn die Maske nicht angezeigt? Die hat niemand ausgerüstet. Er kriegt aber nichts mehr, was ich ausgerüstet habe. Ja, los. Wer will reden? Wo ist Schatten herz zu reden? Zombie. Ah, Schatten jetzt ist da. Ne, sie will auch nicht wählen. Dann kann ich jetzt auch schlafen gehen. Automatisch auswählen? Wunderbar. Und eine lange Rast. Oh, wie friedlich wir alle schlafen. Ohne Decken. Oh, ich habe Kissen. Kissen glaube ich haben wir, ne? Was sagst du nicht so aus? So, Lager verlassen. Da, 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 da. I've got a long road ahead. Ähm. Hm. Sie ist mir jetzt. Das ist der nach oben so wutsch. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Gut. Ich habe den Tadpole. Die Verbindung. Die Verbindung. Komm in meinen Geist. Ich... Ich erinnere mich nicht, wie es angefangen hat. Nur, wie es Ende war. Ich fliege. Oh. Oh, ne Füllen, ne Füllen, ne Fünfe Pins. Schon lange keine Fülle, keines mehr. Oh, 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 wie sieht die denn aus? Ach, das ist die als kleines Kind. So, zehn Jahre her. Sie hat mein Name. Ich kann nicht erinnern, was ich gesagt habe. Ich kann nicht erinnern, was ich gesagt habe. All ich weiß, ist sie hat meine Leben geholfen. Und mir eine neue Haus. Mit Lady Sharp. Es tut mir leid. Das ist alles, was ich erinnern. Dein Herz. Noch im Moment. Das ist doch gescheite Religion. Das freut mich doch. Ja, nehmen wir mal das mit der Wunde. Eine vier Wochen nur noch. Das stimmt wohl. Dann spar mal ein bisschen Kuhle. Ich habe ja hier noch einen PC. Du brauchst nur... Ich sage jetzt meine Capture Card. Und gut ist... Was, wenn eure Wunden euch im falschen Moment kriegen. Das könnte uns einiges kosten. Oh, was soll ich nehmen? Oh, was soll ich nehmen? Ich glaube, ich habe hier eine Religion. Was auch hier im irdischen, wenn der Herr einen Prüfung auferlegt. Ich brauche eine Zehn. Bonus hinzufügen. Ja! Plus eins! Okay. 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 Wir haben ihn. Ha! Mirko, ich hab sie! So, wir wollen... Ich glaub das war ja hier nach oben. Nein, ich geh schon in die falsche Richtung. Ja, hier war ein Einsturz. Weil du mit der Capture Card die Playstation an die Capture Card von der Capture Card zum PC zum Fernseher. So, weil du brauchst ja einen PC. Du brauchst ja OBS, brauchst ja einen PC. Und äh... Die Capture Card nimmt das Bild der Playstation. Hast du schon? Hast du schon geballert? Hm... Keiner Hund! Ich hab hier noch nichts Romantisches gemacht. Aber... Schaden hat es euch wie die erste. So, und dann kannst du halt über die Playstation streamen. Weil du auf der Playstation schon die Spiele hast. Äh... Controller, Fernseher... Du brauchst im Prinzip nicht mehr mehr im Monitor. Also, der PC geht zum Fernseher. Da machst du es an. Da schaltest du vom Fernseher auf die Playstation. Und der PC braucht kein Bild. Das heißt, du brauchst nicht extra viel Ausrüstung mehr. Ja... Ich kann ja auch zum Testen meine ausleihen. Ich hab ja die Xbox hier auch angeschlossen bei Capture Card. Aber da ich die Xbox im Moment gerade gar nicht spiele, brauche ich auch die Capture Card nicht. So... Hier sind wir falsch. Dann müssen wir hier hin. Müssen wir nach da hin. Recht. Hier sind wir auf jeden Fall noch ein Tunnel verschüttet gewesen. Ja, das ist nicht... Doch, hier hier! Doch, hier ist er doch! Und hier war das versteckt für das Pulverfass. Ich hab nicht... Ich hab nicht... Ähm... Wo ist das Pulverfass? Da, Rauchpulverbombe. Ähm... Ich glaube ich sterbe jetzt. Ich hab sie verschwendet. Egal, ich komme hier nicht weiter, dann nehmen wir jetzt auch... In der Hut komme ich auch nicht. Ähm, jetzt bin ich noch wieder. So, die liefen den Kopf jetzt ab. Kommen wir hoch. Aber wo sind die Zwerge wieder alle hier hingekommen? Wo ist sie jetzt da? Ja, bleib tot. Wie kommt ihr erstmal? Ja, aber Bu denn? Auch nicht abgeschossen auf das. Doreen. Die Drow ist mir aufs Kopf gekommen. Die Drow ist mir aufs Kopf gekommen. Was heißt das? Ich habe hier irgendwo, glaube ich, eine Höhle gefunden. Und seitdem bin ich hier in der Höhle. Wir sind oben an der Oberwelt und nicht weiter als du. Oder als wir da sind. Aber ich habe eine Höhle gefunden. Und jetzt zeige ich eine Höhle halt rum. Du erhältst? Das ist eine Halskette? Amulett des Gesang. Guck mal, die tanzen alle. So. Tagebuch. Weil du es zur Höhle verfluchen möchtest. Es wurde in die Lava geworfen. Ach, das kriegt doch auch nie wieder. Ich bin hier durch. Wir können nichts mehr machen. Der da ist tot. Rettet Wodo. So. Ich zippe ihn einfach raus. Ich stelle das Dorf. Der Unterreich. Ich kann nicht. Ich komme nicht mehr.. Da. Zwei dann hin. Doch, doch, komme ich noch. gut in die Lava geworfen aber ich kann ja der Lava nicht folgen und hier gehts weiter Mirko hier ist Akt 2 von hier aus kommst du nach Akt 2 oder Akt 1 Wir gehen wieder nach oben in die Oberwelt Boah endlich mal Das ist meine Welt hier so ich bin in der Gepsiante Krippe und da habe ich das Tal gerufen Ich bin in der Gepsiante Krippe und da habe ich das hier ist der Boden mit den Spinnen hier ist der Boden mit den Spinnen ja runter ah Spielplatz ab zum Spielplatz ich kriege heute auch noch vier Kinder zu Besuch wir waren heute um 10 oder so mit den Spinnen also vier weitere Kinder zu meinen eigenen Mädels da werden wahrscheinlich auch auf den Spielplatz gehen weil es heute eigentlich richtig kalt ist umso kalt ist was hier auch nicht so wir sind hier im Brunnen wo die fette Spinnen ist die Mirko dich nicht totkriegen im Multiplayer jetzt machst du sie alleine so Spiel speicher aber zwei ja dann sind wir sechs das Gute ist aber je mehr Kinder desto weniger musst du an sich aufpassen weil die spielen das zusammen weil ich will das alle Leichen gehen das mit Controller also erstmal Alchemie können wir etwas machen ah Bam Stunnel Zettel Zettel Oh wir können jetzt hier Wachsamkeit Wachsamkeit äh jetzt hier Feuerzins braucht man nichts Wachsamkeit Ja Mann passt Tja wachsamkeit Wachsamkeit hundred an so gut genommen komm herrlich ja ja los so ah hier kommen wir gar nicht weiter ja 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 das funktioniert dann kommen wir alle zu mir dann sterbt ja auch alle Warte mal, schön, ich bin einer. Schenkenschutz zerfleischend. Geht doch, Bonusaktion, Leben braucht sie nicht, Tatenbrang, das Fälschchen geht nicht mehr, ich habe nur noch einen normalen Hauptangefahren, was ist das denn hier, 2, 3 bis 8, 4 bis 15. Daneben, 5 bis 14, ah, wollte ich nicht, super, so Schattenherz, wo ist deine Waffe, da, Hellebade, gehen wir mal direkt hier hin, so eine Aktion habe ich noch, Heilung braucht keiner, da, Heilung braucht keiner, da machen wir, da, Heilige Flamme, 60%, 60%, A, Ne, und die Treffer könnte nicht sterben, Bäm, sie ist auch gestorben, Hellebadenhüb, Boah, ach, Mirko, so geht das. So ein Feuer. Irgendwie trifft sie mit dem Feuer gar nicht, braucht wirklich nichts. Ah, auftreten. Schlechtes auftreten. So ein Feuer. So ein Feuer. Aber, ja, Mann. 26 Prozent, das! Dann Ende! Hahaha! So, wo geht es jetzt? Einner aus da, einner aus da, okay? Eingesprungen, ja! Bondsaktion nehme ich nicht. Kann ich nicht machen. Verstecken? Verstecken? Ah, zuständig. Nichts geht, geht nicht. Komm weiter, wer ist dran? Der überlebt gerade echt lange, was? Ah, jetzt! Ich kann nur ein bisschen laufen. Ich kann ja jetzt so laufen. Oh ne, wann? Wir können doch Fernkampage machen. Werfen, was kann man denn werfen? Ich füge einfach das Gift. Ja, Mann! Wer giftet? Hahaha! Geil! Das geht ja auch! So, ne Bonusaktion? Die Schiffe werde ich irgendwann später benutzen. Super! So, helle Badeswatter! Boah, ehrlich? Ich bin nicht! Elle Badeswatter! Ich hab Fleisch! Elle Badeswatter! Ich hab Fleisch! Elle Badeswatter! Elle Badeswatter! Ich kann ja abhauen, ne! Na, guck mal! Elle Badeswatter! Die haben ja eine Maus, Mann! Da ist so eine Pausbastel! Ich hab ja gesagt, die was zu sehen! Au! Jetzt hab ich ihn gesehen! Was für ein fieses Verstecktes! Wo ist der? Im Gang ist der. Unten im Gang. Hinter so einem Container oder was das heißt. Einkaufswagen oder so. Immer von hinten leer! Kannst du mal von vorne kommen? Nein! Nein! Dann sterbe ich doch! So, der hat sein Versteckter letzten! So, ab geht's! Mal gucken! Ja! So, Schattnetz dran, ne? Kommen sie nicht hier hin? Ne, ne? Probieren wir! Ja, ich weiß! Schwieriges Gelände! Heilige Flamme! Zu weit weg! Kann man hier anleiten! Nein! Was kann ich denn sonst machen? Ach, guck! Ich hab vergessen, die Schilde zu machen! Wo musst du hier? Das Schild ist... Ich bin wieder als einer! So, Zupen! Kommen du jetzt dran, ne? Der nimmt mich eh immer... Die stellt nämlich auch gar nicht an, ne? Logisch! Was ist nicht? Das ist eine Aktion! Das werde ich jetzt nicht machen! Das brägt jeder! Oh, stirbt! Oh, stirbt! Kein auch ein Zauber... Nein! Ein Ausreden! Bahnkart! Ne? Die sieht super höch aus! So, jetzt deck den Tisch, wenn wir dich feststecken! Noch die Tür zu tun! Danke! So, zupen! Und dann... Ah! Das ist versteckt! Geile Sache! Das heißt, er kann den hier machen! 99! Der stirbt! Der lebt! Der lebt! So, wieder einer kaputt! Ähm! Was können wir noch machen? Ne, den Cut! Können wir übernehmen! Weitere! Also... Ja, ein Einsatz! Tut Ben? La Selle? Woher kommt er denn nicht hin? Ohne dem alle so unheimlich weit auseinander Wäre sonst ein bisschen schade Werfen habe ich natürlich auch nicht Ja die Waffe Schirm aufheben, brauchen wir nicht mehr Schirm aufheben Ach so Ihr Schild ist eigentlich total irrelevant Warte Kann ich den noch mal machen? Treffe ich mich Block durch unverwüstliche Sphäre Ach was ist das denn? Ach was ist das denn? So siehst du jetzt vorbei So lass sie el Und der die andere ist Der lebt tatsächlich noch Bonus Aktion Verstecken Ah kacke So muss man jetzt da vielleicht schon noch dieses vorbereiten Kacke Spalten Bonus Aktion Kann ich noch mal zuschlagen? Nein Warum denn nicht? Weg mit dir Weg mit dir So Schattenherz Jetzt können wir Heilige Flamme Brenne nieder Geht doch So hier sind sie zwar Spinnen Hier ist der eine Er hat nichts Und Hier ist der andere Er hat auch nichts Ach so warte ich brauche jetzt erstmal Aber da ist ja nichts Sowieso Ich will zurück Das ist ja leer Hier Keine Höhne Aber das ist manchmal ist es richtig schwierig mit dem Kontrollen so öffnen Ich kann nicht mehr Waffe Waffe Wollen wir die auch nicht Wollen wir die auch nicht Ja, blusiges Tagebuch Das will ich ja Da Aufheben Ah, ein Schuhe. Tag, ich muss springen gehen. Mitnehmen. Oh, guck mal. Noch ein paar neue Schuhe. Ja, Mann, die muss die andere kriegen. Das wäre das Tagebuch. Noch ein Tagebuch. Tittenfass, Bücherstapel, Weidentrot. Uh, alle mitnehmen. Und gleich Kaffner. Ja. Ja. Ja, ich komme. Ja. Also, ich muss rauskommen. Ach so. Ach so. Das ist ja. Da hat doch ein Buch. Was ist das denn? Ach so, Inspiration. Ich will speichern. Speichern, ja. So, ich sag bis später. Ich werde es heute nochmal schaffen. Weil das würde ich unterkriegen. Genieß den schönen Samstag. Denn die Sonne kommt tatsächlich raus. Also, bis dann. Bis dann. Nein. Nein. Nein.